Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Pocket Edition, aber beziehungsweise mal die erste Folge hier, die ich mal aufnehme, ähm, bei einer kleinen Online-Session, die wir jetzt hier mal machen. Ähm, wir spielen also Hunger Games, ihr seht's, in der Mitte sind schon die ganzen Kisten und wenn's jetzt etwas leckt, ähm, ja, das liegt einfach am Server. Und da, Tournament starting in one minute. Solange müssen wir jetzt also eben noch uns gedulden. Ich hoffe mal, es klappt auch alles. Wie gesagt, wenn's etwas leckt, es liegt, äh, nicht an mir, es liegt am Server. Minecraft Pocket Edition ist natürlich online-mäßig jetzt nicht so ganz ausgereift, wie ihr das natürlich vom normalen Minecraft kennt. Soll uns aber unseren Spielspaß gar nicht mal jetzt verderben. Wir wollen das einfach mal testen. Hier, Big Daddy 2 ist neben mir. Ich kann's ja auch schon rumhauen ein bisschen. Nee, kann ich noch nicht. Warum kann ich noch nicht rumhauen? Warum kann er springen? Kann ich auch, genau. 3 Sekunden. Oh, 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 oh. Ich hoffe mal, es kommen nicht ganz so viele hier rein. Ich versuche natürlich sofort, mir eine von diesen Kisten da zu snacken. Ähm, da hat man eine gewisse Zeit, in der man nicht angegriffen werden kann. Ihr kennt das ja wahrscheinlich von den Hunger Games von normalen Minecraft. Und danach wollen wir mal sehen. Ich, ich hab noch absolut überhaupt keine Erfahrung. Ich hab's gestern natürlich mal angetestet. Ich wollte jetzt auch nicht so ganz unvorbereitet hier rein. You can move when the tournament starts. Okay. 4, 3, 2, 1, los. Okay, 30 Sekunden ist man also unbesiegbar. Invincibility. Bitte, 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 gib mir ne Kiste, gib mir ne Kiste, gib mir ne Kiste. Nein, da ist schon einer. Okay, hab ich das gekriegt? Das hab ich gekriegt? Nein. Nee, hab ich nicht. Lol. Ja, das ist natürlich geil. 15 Sekunden verbleiben. Oh, die Map hatte ich gestern schon mal. Das ist natürlich extrem geil. Jetzt haben wir gar nichts gekriegt. Äh, müssen da jetzt irgendwie hoch, sonst werde ich wahrscheinlich sterben. Deswegen laufen wir mal einfach mal. Ja, ich bin jetzt nicht mehr länger, äh, hier unverwundbar. Das ist natürlich auch schon wieder scheiße. Ich hoffe mal, jetzt kommt hier keiner hinterher. So, die kann man abbauen, den Rest nicht. Hab ich gestern gemerkt. Ich spiele auch ohne Sound, gerade. Okay, vier Spieler sind noch übrig. Warte mal, wir müssen mal hier hoch. Warte mal, warte mal. Ich hoffe, mich killt jetzt keiner von hinten. Das wäre natürlich übelst episch, weil ich jetzt auch gar nicht genau weiß, wo ich hier bin. Ah, meine Fresse. So. Okay, Deathmatch startet in sieben Minuten. Das bedeutet, wenn in sieben Minuten wir noch leben sollten, dann kommt man in so eine Art Arena rein und dann hat man, ja, ist ja quasi eine Art Deathmatch, das dann startet. Okay, wir buddeln uns jetzt mal eben hier hoch. Ich habe nämlich noch eine Idee. Ah, die Blöcke kann man natürlich nicht abbauen. Ich sehe allerdings auch noch keine anderen Spieler irgendwo hier. Ah, hier kommen wir noch hoch. Hier kommen wir noch hoch. Wunderbar. Das bauen wir jetzt hier mal. Also die Blätter kann man auf jeden Fall abbauen. Dann habe ich auch irgendwo, also ich habe das gestern schon mal gespielt und dann bin ich irgendwo auch noch in so einen Wasserfall rein. Okay, hier laufen wir mal her. Ach, lauf doch, du Fotzkopf. Ah, jetzt bin ich da runtergefallen. Ja, Steuerung natürlich mal wieder hier, äh, 1A bei der Pocket Edition, das kennt er ja. Hier noch zu spielen und gleichzeitig noch zu springen und hast du nicht gesehen, das ist natürlich jetzt nicht alles so einfach. Okay, wir buddeln uns jetzt mal hier durch, würde ich mal sagen. Da ist ein Stamm. Ah, wir müssen irgendwie jetzt hier vorbei, ey. Sechs Minuten bis zum Deathmatch. Okay, ah, ich habe eine Kiste gefunden. Lol, da ist eine, ah, ich wollte schon sagen. Wir haben was, wir haben was, Leute, wir haben was. Wir haben eine, wir haben eine Rüstung und ein Helmchen. Äh, eine Rüstung und, ja klar, eine Rüstung und einen Helm. Gut. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Im Schwerst wäre mir natürlich das mal lieber gewesen. Okay, wir buddeln uns mal hier weiter, wir buddeln uns mal weiter. Oh, da geht ziemlich tief runter. Ich weiß nicht, ob ich das wagen soll. Was haben wir hier denn noch? Nichts mehr. Ich würde am liebsten noch eine Kiste irgendwie mehr schnappen. Aber ich weiß allerdings nicht, wo ich noch welche finden soll. Ich sehe auch eigentlich keine anderen Spieler. Okay, das war dumm. Das war dumm. Jetzt müssen wir irgendwie Pilze suchen. Damit ich meine Lebensleiste mal wieder aufhören kann. Scheiße. Das ist doch echt zum Kotzen. Eigentlich ganz lustig online, muss ich sagen. Aber irgendwie noch nicht so ganz so ausgereift. Aber egal. Sind wir halt eine der Ersten hier, die das machen, weiß ich nicht. Ey, die Version ist ja schon 0.8.1, also... Warte mal, wir nehmen das Feuerzeug einfach mal. Falls uns jemand hier in die Quere kommt, zünden wir einfach mal den Boden an oder so. Und vielleicht kriegen wir dann ja was hin. Oh. Ich brauche irgendwie noch eine Kiste oder sowas. Oh oh. Das wollte ich eigentlich nicht anzünden. Das wollte ich eigentlich nicht anzünden. Wir kriegen auch Bäume. Kriegen wir auch nicht kaputt. Okay. Verstehe ich jetzt hier die Logik auch nicht so ganz. Warum man hier Bäume nicht zerstören kann? Okay. Ein anderer Spieler wäre auch mal nicht schlecht. Ich will mich aber mal prügeln hier. Wobei man auch sagen muss, die Map ist jetzt auch nicht so ultra pornös, wie ich das erwartet hatte. Okay. Hier ist überall Wald. Hier ist überall Wald. Da will ich eigentlich nicht hin. Ich war hier gestern schon mal und hier passiert eigentlich wenig. Äh, dreieinhalb Rüstung haben wir. Das ist auch jetzt nicht ganz so viel. Hunger macht mir eher zu schaffen, weil ich da im Runder gefallen bin. Äh. Aha. Was ist da denn? Da ist ein Häuschen. Boah, bitte lass da irgendwas. Oh, Deathmatch. All chests have been refilled. Okay, wunderbar. Hoffentlich ist hier irgendwas drin. Wasser. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ich komme hier überhaupt nicht hoch. Hallo? Wieso komme ich hier nicht hoch? Ich komme hier schnell wieder raus, bevor ich jetzt hier noch... Ja, toll, jetzt sterbe ich oder was? Nein, oh toll, ich bin tot. Nein, ich bin nicht wieder im Mainmenü. Scheiße, jetzt müssen wir wieder neu connecten. Ähm... Ja, keine Ahnung, was das war. Wie kann ich denn im Wasser schnell da hoch? Den Trick muss mir mal bitte einer verraten. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Wie ich im Wasser schnell da hochkomme. Wäre sehr geil, wenn mir das mal sagen würde. Hier die Sternchen übrigens, das ist da, wo ich gerade hinklicke. Okay. Ja, die Map war auf jeden Fall jetzt nicht ganz so pornös. Und hier in diesem Bildschirm ist es immer ziemlich am Längen. Allerdings, ähm, wird sich das gleich legen. Das habt ihr ja schon gesehen. Okay. Ähm... Hallo, ich möchte hier beitreten irgendwo. Insanity Course, Fortress Pike, Drybone Valley. Was haben wir hier noch? Alter, verpiss dich doch von dem Schild da. Ich komme da gar nicht hin. Wir müssen auch zur anderen Seite rüber. Wir gehen mal zur anderen Seite, gucken mal, was da noch so ist. Ob wir hier... Alter! Wir irgendwo beitreten können. Was ist hier denn? Join! Moonlight Lake. Ah, das ist doch wahrscheinlich wieder... Ich wollte schon sagen, das ist doch das Gleiche, wo wir gerade auch waren. Ah, verdammt. Aber wir müssen uns gleich mal merken, dass wir nicht Moonlight Lake spielen dann. Aber egal. Wir gucken mal. Hier sind einige Leute, es sind wieder dabei. Oh, es geht schon los. Bitte gib mir einfach eine Kiste. Gib mir einfach so eine verfickte Kiste. Bitte, 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 bitte. Ich will auch nur eine Kiste haben. Gehört mir das jetzt? Gehört mir das jetzt? Jawoll, Ski. Wir haben etwas bekommen. So, jetzt... Oh, oh. Oh, 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 oh. Hä? Bin ich jetzt schon nicht mehr... Okay, jetzt bin ich nicht mehr unbesiegbar. Ja, okay, die hauen sich da jetzt schon gegenseitig kaputt. Ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Bevor mich der eine Yogi, der da gerade neben mir stand, noch erledigt... Ähm... Geh jetzt erstmal hier eben an den Rand und gucke mal, was sich da so getan hat. Ah, da komm ich wieder nicht gescheit hoch, ne? Ja, er kommt jetzt hier hinter mir her. Er wird mich jetzt umbringen. Habe ich jetzt natürlich keine Chance gegen ihn mit meiner Faust hier, aber ist egal. Ist egal. Gehört alles noch zum Lernprozess dazu. Respawn. Ah, okay, das hätte ich eben drücken müssen. Ich will aber mal was anderes spielen, als diesen komischen Moonlight Lake. Das ist ja langweilig. Ich sehe auch gerade wieder gar nicht... Joints, Snowbound. Aha, schon besser. Ähm, ja, die habe ich gestern auch schon mal gespielt. Alles klar. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Ah, ich habe schon einen Helm. Oh, ich habe schon alles. Top. Schwert haben wir auch schon. Na wunderbar. Hier kann man sofort runtergehen. Das finde ich auch mal klasse. Ah, Tournament starts in 1,5 Minuten. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen lang. Da kann ich euch noch was Schönes erzählen. Das war hier mit dem 2004. Was ist es? Ah, fuck. Ist immer ein bisschen am Längen hier im Startscreen. Ah, heißt zusammenspielen. Und dass hier in der Mitte die Kisten sind mit Zeug. Ich weiß aber nicht, ob ich da sofort drauf gehen soll. Ich habe letztes Mal auch nicht ganz so viel Glück gehabt dabei. Müssen wir doch mal gucken, ob wir das machen. Gandhi ist dabei. Ah, da stehen sie alle rum. Warum hat der denn eine... Warum hat der denn schon eine Eisenrüstung, der Pisser? Mann, 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 Mann. Okay. Ja, da kannst du wieder mit VIP-Gerat durch. Da kannst du wieder irgendwas anlocken. Das wissen wir ja auch alle schon. Habe ich sonst noch irgendwas? Ne. Ein Schwert habe ich. Und... Armor-technisch. Okay, volle Lederrüstung. Ja, ist jetzt nicht ganz so... Das ging ganz so pornös, aber... Es sollte doch erstmal reichen für unsere Zwecke. 30 Sekunden. Ach, komm jetzt, ey. Ich will jetzt endlich loslegen. Ich will jetzt endlich mal metzeln. Jetzt war es ja eher weniger erfolgreich. Please dieselbe Client-Mods before playing. Ja, Mods gibt es ja hier auch mit der Pocket Edition. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber so ist es. Ich will jetzt endlich diesen... Leute, da kommen noch einige dabei. Drei, zwei, eins. Komm, 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 komm. Na, eine Hose noch gekriegt. Aber die anderen sind wahrscheinlich alle schon... Hallo. Geplündert worden, genau. Okay. Ich ver... Piss mich mal, wollte ich sagen. Hä, wo... Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich eben runtergejumpt? Na, das ist natürlich jetzt nicht so schlau. Scheiße, jetzt hänge ich hier irgendwo... Komm ich hier rein? Ne. Oh, oh. Jetzt muss ich hoffen, dass mich hier keiner findet. Scheiße. Ich wollte die Hose eigentlich mal eben wechseln. Klingt das wohl mehr? Hm. Ja, doch, klar. Dann war vier, viereinhalb. Ich trau mich aber gar nicht, hier hoch zu gehen, weil ich Angst hab, dass mich da einer kriegt. Aber seh ich denn noch... Da seh ich noch einen Namen. Ach komm, wir müssen mal hoch. Das nützt ja alles nix. Äh. Da unten ist auch einer. Komm, wir laufen mal hierher. Wobei... Doch, hier, klar. Hier komm ich raus. Wunderbar. Sechs Leute noch übrig. Top. Wir sind noch am Leben. Das ist das Wichtigste. Ich hab doch noch immer noch keinen getötet in der ganzen Runde, aber egal. Hier sind noch... Ah, hier sind überall Sachen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir Glück. Alter, ist das... Oh, 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 oh. Da ist einer. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Ich will nicht sterben. Ja, die sind bei Black zum Beispiel schon mal ein bisschen mehr. Das merkt er wahrscheinlich selber. Die andere lief ein bisschen flüssiger. Ja, klar, der ist schon hinter mir. Du dummes Stück Scheiße, ey. Du bist jetzt... Geh doch kaputt, Alter. So kann ich den ja nicht schlagen. Ja, klar. Ich bin immer tot, ey. Komm, eine Runde machen wir noch. Also ganz ausgereift ist es aber auch noch nicht irgendwie, oder? Ich würde ja gerne mal mit Matthias über LAN spielen gescheit, aber der ist irgendwie nie da. Solarfrost. Solarfrost. Na gut. Was, das wäre das Gleiche? Ne, sieht... Sieht etwas anders aus, ne? Sieht etwas anders aus, okay. Da in der Mitte sind wieder Kisten, Alter. Die kriege ich doch eh wieder nicht. Sad can I be your friend? Ja, genau. 30 Sekunden immerhin. Das ist schon mal ein bisschen was. Ah, ich hoffe mal, das läuft mal ein bisschen flüssiger. Sonst muss man wirklich gleich nochmal diese andere Map spielen. Komm. Ich will jetzt spielen hier. Ich will jetzt... Alter. Hinten ist eine Lücke. Ich hau sofort ab diesmal. Ich hau sofort ab. Das reicht mir. Weil auf der anderen Seite sind kaum Spieler, ne? Vielleicht kriegen wir ja doch eine Kiste. Vier, drei... Jetzt kommen wir laufen. Lauf, Forest, lauf. Wir laufen jetzt weg. Hier raus. Pilze brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber spring doch, du Fotzkop, ey. Ist hier noch drin? Nix. Ich muss weglaufen auf jeden Fall. Ich trau der ganzen Sache nicht. Und es läuft sehr, sehr laggy gerade. Das liegt aber am Server. Was ist hier denn? Ah, hier ist eine Kiste. Hier ist eine... Lava. Lol, 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 lol. Wieso ist das Lava? Und ich sterbe gar nicht. Ah doch, weil ich noch in Winzebel war. Ja. Auch geil. Ich bin in die Lava reingefallen. Alter, ich hab aber auch ein Pech. Ich seh schon mal die Kommentare. Du bist so ein Noob. Alter. Wieso ist da Feuer? Na gut. Komm, einen Versuch machen wir noch. Holding Mountains. Ist wieder was Neues. Okay. Ich hoffe mal... Ich muss mal ein bisschen länger überleben. Das geht ja mal gar nicht, ey. Es wäre auch mal geil, wenn es mal ein bisschen flüssiger laufen würde. Zwei Minuten, Alter. So lange kann ich jetzt aber nicht warten. Ich mach hier gleich einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich, wenn das Turnier anfängt. Ja, ich hab mir jetzt entschieden, nochmal... Das zwei Minuten ging, war mir doch zu lang. Es hat auch ein bisschen geleckt irgendwie. Weiß ich auch nicht, woran das jetzt genau lag. Aber okay. Ich versuche jetzt einfach mal noch ein anderes Spiel eben schnell zu machen. Damit wir das mal in die Pötte kriegen hier. Wir gehen jetzt mal wieder drauf auf diesen Server. So. Jetzt baut sich das mal eben auf. Boah, Leute, ey. Ja, genau. Noch mehr Leggen, bitte. Ich kann fast was sehen. Deathmatch. Solar Frost. Nee, bitte nicht. Moon Base 9. Okay. Okay, wieder was Neues. Wieder zwei Minuten, ey. Leck mich doch am Arsch. Ja, ich mach hier mal eben einen Schnitt. Bis gleich. So, 30 Sekunden. Jetzt sind wir wieder da. Und es läuft jetzt auch endlich mal gescheit hier. Das liegt wahrscheinlich an dem Spiel, ne? Also je nachdem, welche Map hier geladen wird, läuft es mal flüssiger und mal weniger flüssig. Schwert und so weiter habe ich alles. Deswegen mache ich mich gleich einfach mal aus dem Staub, wie ihr das ja wahrscheinlich kennt. Wir probieren es einfach mal. Uns gleich hier mal schnell vom Acker zu machen. Was ist denn da hinten? 4, 3, 2, 1, los. Was ist hier? Ah, hier kann man hoch. Wunderbar. Ich verpisse mich mal sofort. Ich sehe quasi... Ich sehe überhaupt nichts. Ah, jetzt. Ich komme hier nicht hoch. Na toll, ich sehe gar nichts. Ich sehe weder was, ich habe weder was gesehen, noch kam ich da irgendwie weiter. Na gut, wir laufen jetzt hier mal durch. Wir laufen jetzt hier mal durch. Und verpieseln uns jetzt mal erstmal da, wo ich mal ein bisschen Überblicke habe, dass mich auch diesmal keiner einmal killt, ausnahmsweise. So, Moonbase. Es ist ziemlich dunkel. Hier ist was. Ich dachte, da wäre eine Kiste oder sowas drin gewesen. Nee, sieht nicht so aus. Scheiße. Ich dachte echt, da wäre was drin gewesen. Tja, allerdings ist auch die Sichtweite jetzt nicht ganz so weit gestellt. Ah, hier ist eine Rakete. Hier ist eine Rakete oder sowas, was zumindest eine Rakete sein soll. Ähm. Ja, Tür aufmachen geht auch wieder nicht. Wunderbar. Also, ich sehe fast nichts, weil es so unendlich dunkel ist. Geschweige denn irgendwelche anderen Spieler. Es sind noch vier Spieler übrig auf jeden Fall. Ja gut, das ist wieder ein Gebäude. Ich meine, irgendwo wird ja wohl noch eine Kiste sein für mich. Zumindest mal eine Tür, die ich offen kriege. Es liegt aber... Ah, was ist da noch? Hier sind überall noch Sachen. Aber es ist so dunkel. Ich sehe über... Ich sehe überhaupt nichts. Das Lied an seiner schwulen Mondlandschaft. Was haben wir hier noch? Alter, ich... Das ist echt... Das ist echt ziemlich pervers zu spielen. Das ist wahrscheinlich... Leute, da ist ein Spieler. Das ist wahrscheinlich der Dom von eben. Ja, wir müssen uns jetzt schon mal einen anderen Spieler mal schnappen. Also, wir können nicht die ganze Zeit weglaufen. Deathmatch fängt ja auch gleich mal an. Oh, da sind zwei Leute. Ich hoffe da ab. Da ist auch einer drin. In dem Kabuff da. Alter, ich muss irgendwann... Ich muss auf jeden Fall gleich mal einen killen. Ich habe aber nur so schlechtes Equipment hier. Ich habe ja gehofft, ich würde hier irgendwo was finden, aber... Hier ist nirgendwo was. Das ist doch scheiße überall. Ich dachte echt, hier wäre irgendwo wenigstens mal eine Kiste oder sowas. Irgendwo hier in den Karpaten vielleicht. Ja, das wird dann so eine Rakete, in die ich nicht reinkomme. Lustig. Kriege ich das Glas hin kaputt? Na gut, gehen wir hier rein. Hä? Ich sehe auch... Ich sehe auch irgendwo noch was. Ich kann ja wohl kaum hochspringen. Ja, genau. Ich springe jetzt auch eben hoch. Fünf Minuten bis zum Deathmatch. Ja, so lange werde ich auf jeden Fall nicht warten. Also... Wir gehen jetzt mal gleich mal ein bisschen in die Offensive. Hier ist auch noch was. Ah, es läuft zumindest jetzt halbwegs flüssig. Hier komme ich sogar mal hoch. Ja, genau. Wenn ich vielleicht mal was sehen würde, wäre das vielleicht auch mal nicht schlecht. So. Alter, ich muss echt... Warte mal, ich muss die Sichtweite mal ein bisschen höher stellen. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht so. Ich hatte gehofft, hier wäre irgendwo noch eine Kiste. Aber irgendwie... Scheint dem wohl nicht so zu sein. So gehen wir mal wieder runter. Komm, wir suchen jetzt mal einen anderen Spieler. Oder geht es hier irgendwo rein? Doch klar, hier geht es rein. Ich habe noch nicht eine einzige... verkackte Kiste gesehen. Im ganzen Spiel hier. Hm, komisch. Guckt gleich wahrscheinlich irgendein anderer Spieler und traut mich kaputt. Der löst mich hier vor meinem Leid. Nein. Ich will auch mal jetzt hier nochmal an unserem gebogenen Pimmel da vorbei. Da ist noch ein Häuschen gewesen. Da weiß ich nicht, ob ich da noch rein kann. Ich weiß aber gar nicht, wie viel... Ne, vier Spiele haben noch gelebt, ne? So, da hinten ist wieder das... Biom. Ach, hier kam ich ja nicht rein, oder? Doch, hier komme ich doch rein, klar. Durch die Scheibe. Cool, durch die Scheibe kommen wir ja da rein. Was ist hier denn noch? Was ist hier denn noch drin? Nicht besonderes. Alter, ich sehe... Es ist so dunkel, diese Map. So ein Scheiß. Diese Map ist so verkackt dunkel. Hier ist ein Wald. Das ist ein Feuer. Ist das ein... Ist das ein Baum? Alter, ich will... Ich will doch nur eine Kiste. Ist das denn so schwer? Jetzt wird es gleich Nacht. Ah, ne, es wird... Ah, es wird jetzt gleich Tag. Deswegen... Deswegen war es auch so dunkel hier. Meine Fresse, ey. Da hast du ja gar nichts gesehen. Lichter hätten sie auch mal verteilen können. Aber wo sind die anderen Spieler denn jetzt? Ich will mal hier... Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Was ist hier? Ja, genau. Gebt mir bloß mal keine Kiste. Wo ist denn der Battle Dome da? Vielleicht sind die da noch drin. Ja, muss ich ja... Ich habe mich auch wieder verlaufen. Ich weiß... Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich bin. Vielleicht ist diese Map auch etwas zu groß für so ein paar Leute. Das werden wir dann gleich noch sehen. Hier komme ich wieder nicht rein. Ich habe jetzt hier nirgendwo eine Tür. Zwei Minuten noch bis zum Deathmatch. Ja, okay. Hier komme ich rein. Aber ich weiß nicht, was dahinter, wer da ist. Ich habe auch nur ein Schwert. Ich finde aber auch echt keine... ...verkackten Kisten. Okay, hier ist ein Gang. Vielleicht komme ich ja so wieder in die Moon-Basis rein. Wer weiß. Eine Treppe. Eine Tür, die ich, wenn ich, offen kriege wieder. Oder was? Geht die kaputt? Nee, die kann ich wieder nicht abbauen, Alter. Ich finde hier gar nichts, ey. Das ist so stockduster. Na gut. Gehen wir wieder raus. Wo sind die anderen Spiele? Die können ja wieder nur in so einem Battle-Dom sein. Der war irgendwo da hinten rüber, glaube ich. Was ist das da noch? Das sieht aus wie so... Ah, eine Minute noch bis zum Deathmatch. Was ist das hier noch? Ein Türmchen? Also entweder wir finden jetzt noch einen anderen Spieler, den wir ganz schnell noch kaputt machen können. Oder wir müssen wirklich ins Deathmatch reingehen. Das tut mir dann wirklich leid. Ich wollte ja kämpfen, aber ich habe keinen gefunden. Ich habe keinen gefunden. Oh gut, einmal bin ich weggelaufen. Okay. Das muss man sagen. Einmal habe ich auch ein Schwanz, ein bisschen zurück und bin weggelaufen. Aber ansonsten wollten wir doch kämpfen. Alter, 26 Minuten nehme ich schon auf. Zeit verrinnt ja hier bei Minecraft. Vor allem ja diesmal in meiner etwas längeren Runde, auch wenn eigentlich nichts passiert. Jetzt bin ich zumindest wieder in der Nähe hier, glaube ich, von einem Geschehen. Ja, jetzt sind wir wieder drin. Ich sehe immer noch keine anderen Spieler. Hm, wunderbar. Tja, vielleicht hat der irgendwer in der Kiste übersehen. Doch, dahin ist einer. Oh oh. Ich wollte eigentlich ins Deathmatch. Hau ab. Verpiss dich. Hä? Was war das denn? Leuch, ich bin gestorben. Bin gestorben beim Deathmatch. Ja, Leute, tut mir leid. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser kleinen Minecraft Pocket Edition Online-Folge. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Weiß ich jetzt allerdings nicht so ganz, ähm, ja, wie das genau funktioniert, weil ich ja auch gerade wieder da runtergefallen bin und gestorben bin. Na, egal. Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.